Hallo, wir von BIMA Shop24 möchten euch heute den Acer P1500 vorstellen. Der Acer P1500 ist ein 3D Full-HD Projektor. Er bietet 3000 Lumen, einen Kontrast von 10.000 zu 1 und arbeitet wie üblich bei Acer mit der DLP-Technologie. Was ihn interessant macht, ist einmal seine direkte 3D-Wiedergabe, sprich wir können ihn am 3D-Breadplayer einfach per HDMI anschließen und schon kann es losgehen. Hierfür wird natürlich eine 3D-Shutterbrille benötigt, die wir bei Acer im optionalen Zubehör finden. Was ihn auch noch so interessant macht, ist es ein Full-HD-Gerät mit einer guten Lichtleistung, was wir in einem recht kleinen Chassis vorfinden. Das heißt, wir können ihn auch für unterwegs ganz gut einsetzen, gerade wenn es jetzt um hochauflösende Präsentationen, zum Beispiel von Excel-Tabellen oder auch Bildern geht. Schauen wir uns nun einmal die Anschlüsse des Gerätes an. Er bietet eine RS-232-Schnittstelle, eine Mini-USB-Schnittstelle, einen HDMI-Eingang, einen S-Video- und einen Chinch-Video-Anschluss, einen VGA-Eingang und einen VGA-Ausgang, sowie zwei 3,5 mm Klinkenanschlüsse, davon einen Eingang und einen Ausgang. Schauen wir uns nun das Zubehör des Projektors an. Hier haben wir einmal ein Netzkabel, ein VGA-Kabel, die Bedienungsanleitung, Batterien, Fernbedienung und eine Tragetasche. Dank der Tragetasche, seinen kompakten Abmessungen und gerade mal 2,2 kg ist er natürlich auch gerade für unterwegs schon ein sehr interessantes Gerät. Und was den Heimkino-Fans zugute kommt, er bietet auch eine direkte 24p-Unterstützung. Wir hoffen, wir konnten Ihnen den Acer P1500 etwas näher bringen und würden uns freuen, Sie auch bei unserem nächsten Video erneut begrüßen zu dürfen. Vielen Dank! Vielen Dank!